Frank, es gibt ein bisschen Arbeit für euch. Schon erledigt. Mike, wir treffen uns in fünf. Hey Frank, mach dir das dran! Ich gebe dir drei. Frank, gut, dass du dran bist. Warum haben Schrauben eigentlich keine Schwiegermütter? Die, das erkläre ich dir später. Wir treffen uns in zwei. Eine Mission? Bist schon unterwegs, Boss? Ich habe heute meinen freien Tag, Frank. Hast du dir auch redlich verdient, Sky? Aber wir treffen uns in eins. Showtime! Hast du mich für ein bisschen klein? Das ist doch noch die Musik auf dich, wütend! Da ist sie! Wo ist eigentlich die? Wie ein Bögleis-Opera! Wo war es denn so lange? Sie ist Kobo-Blauer! Come on! Move, baby, move, baby, move, 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 baby! Ich liebe es, wenn ich... Saubere Arbeit, aber... Was ist denn das für eine Musik? Sie sind das E-Team. Ihre Mission möglich machen. Nein, 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 nein... Ein Heft! Wie ein Bögleis-Opera! Freedom! Ich muss mich nicht mehr machen. 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 Wir sind hier für Freiheit. Power! Freiheit! Wer ist denn das? Power! Die Arbeit!